Oh, jetzt könnte es noch was werden. Nein! Oh, Mann. Bisher ist sie da. Tschüss. Da kam nicht mehr so viel. Mann, ich dachte mir noch, ich habe mir noch gedacht. Scheiße, der fährt da ganz schön weit links. Ich glaube, ich fahr ein bisschen weiter rechts. Zwei gegen eins. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Ich lege auf dem Dach. Ich flippe aus. Alter, Chris, wie war das? Was? 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 Weiß ich, ich lege auf dem Dach und dann kommt der so angeflogen. Ich stelle euch vor, da wären noch Eis und Nosti dabei. Prost, Harry. Ich glaube, dann wäre der leichter, als er jetzt ist. Ja. Natürlich schaffe ich es hier runter zu fallen. Natürlich. Hä, wo bin ich denn? Ich habe ein Secret. Weg gefunden. Ja, wo bist du denn hin? Ja. Jetzt will ich die Sau. Ich bleib mal hier stehen. Ey, das ist tatsächlich da. Boah, man. Wie erstmal sind die Säge richtig raus? Wo sind wir die Säge? Ich habe zwar nicht nur auf den ZD gelaufen. Ist das die Td da? Oh, Leute. Er ist tatsächlich da. was war das bitte für ein klatsch freunde holol herzverkackt wie ich so gegen drei das was ja das hat gut funktioniert meiner meinung nach und die zu haben ist natürlich schon kreuz jetzt auch ich schaff es jetzt werde ich verlangen ist der case oder hast du dich schon die habe ich schon das ist ein witz das ist ein witz das ist ein witz ja einfach mal die ghost weg machen oh mein gott hat das eine gesehen kolo kolo du gehörst einfach in die hölle einfach in die hölle dann mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen tutorial oder wie sagt das will immer wie nimmst du wie nimmst du b alleine ein erst mal wartest du auf die smoke wurde gelegt dann guckst du ob da einer reinläuft connector steht kommt aber keiner nimmst du die nade einer richtung short of hat sich keiner in die smoke gestellt dann erledigst du den ersten und so haben wir ihnen die wege holen freunde ich gucke ob ich jetzt ein ein uh let's go Ich habe einen Line App für Olga. Ja, aber Schnee ist teuer. Das ist das größte Problem. Ich schwimme nicht den Geld. Okay. Noch nicht. Oh mein Gott. Hast du es? Hat er nicht. Warte. Er hat Olga besiegt. Aua, nein, aua. Hat er, hat er? Nein, er steht vor dem CP. Er steht da vor unten in dieser kleinen Ding. Nee. Doch. Er steht dort. Echt? Dann lasst mal alle, wir können ja alles liegen und dann unten über die, über den Kellerdach. Ja, genau. Komm. Leise, leise, leise. Oh, geh mal lang, Chris. Hoch. Ich geh vor. Hallo? Polizei? Hallo? Geh mal zu Hause. Die überrennen und so, wenn die wissen, wo wir sind, Alter. Das wäre ein 5K Spraydown. Los, los, los. Laufen. Rein, 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 rein. Let's go. Ihr habt den. Auf geht's, auf geht's. Laufen und nicht fett sein, Zwilling. Das heißt, laufen und nicht fett sein. Pack an, das Ding. Aber mein Anfang ist mega krank. Guck mal den Anfang an, wie weit ich da weg bin. Da ist er, da ist er, oh mein Gott. Wer? Let's go. Im nächsten Anlauf. Oh, Halleluja. Hast du es geschafft, ja? Nein. Hast du es nicht geschafft. Ich lenke nach links und bremse und das Ding fährt geradeaus. Ich lenke nach links und bremse und das Ding fährt geradeaus. Es ist so rip, es ist so, es ist so ein Schwachsinn. Mann. Kann ich mir durchschießen? Ich glaube nicht. Okay, kannst. Wie ist das denn? Nevermind, oder? Der hat beide in der Hostage. So happy bin ich. So happy bin ich. So happy.